hallo und willkommen bei namen ist da an die rollte und spielgrüß euch zurück zuletzt bleiben ja diesmal nicht mit einer wegszene weil wir nicht ins somit können ja wir können direkt in die action reingehen weil hier gibt es nicht viel weil ich auf screen machen konnte außer hier meine position ändern der moment haben bisschen ändern und so nicht da ich da irgendwie viel unterschied machen könnte aber naja ja diese level wir sind im kapitel 11 wir müssen fliehen vor diese hier gegner welche uns wahrscheinlich in den hintern treten wir haben keine ringe die gegner haben ringe was mir ein bisschen angst macht und wir müssen ich glaube dann ihre entkommt das heißt ich muss hier hinkommen mit der nero und ich nehme an wenn wir eins dieser fehler betreten dann ist das kapitel zu ende so meine meinung nach ich will noch hier noch so viel erfahrungspunkte wie möglich abgasen wäre ich mein theoretisch könnte ich jetzt einfach hier voll durch rennen und das kapitel so schnell wie mit spenden will ich aber nicht ich will natürlich so viele gegner nebenbei noch erledigen wie möglich um halt maximale erfahrungspunkte auszuholen allerdings haben wir drachen verzerrte drachen welche level 23 sind und eine menge api und menge schaden machen aber ganz kurz gucken nein nein da oben riesiger dachherrschaft von dem mond dach verfügt über hart schuppen möchten garten dämonen drachen sind gegen verzerrte sind verzerrte okay stimmt aber ich habe nichts der lecker müsste ich haben aber habe ich ja nicht so was mich was mir aufgefallen ist auf screen der hat eine stärke von 0 habe ich gerade gesehen die ihre angriffssache heißt spezial oder steht sogar spezialangriff die angestärke der einheit mit spezialangriff die nicht von verteidigung oder resistenz abhängig abhängen in früheren feiern bleiben war es so dass wenn man gegen drachen gekämpft hat die haben alt mit drachen art immer gegriffen und das bedeutet mehr oder weniger wenn die einen angreifen dann machen die immer diesen schaden also 31 ich würde jetzt raten dass wenn ich mit irgendjemanden versuche die anzugreifen dann konnte die mich mit genau 31 schaden was nicht durch verteidigung oder angriff reduzieren kann über anderen leuten ist normalerweise hier als eingeteilt wir haben einmal physischen angriffen und ja das wird hat von verteidigung abgeblockt wenn wir magische angefallen welche halt von resistenz abgeblockt wird und ja das bedeutet ich kann wahrscheinlich mit den meisten leuten gar nicht die dinger angreifen weil die machen 31 31 schaden er kann nicht angreifen sie kann nicht angreifen sie kann nicht angreifen er darf nicht angreifen ich glaube nicht dass ich mit irgendeinem charakter angreifen kann anna und diamant hier sind die einzigen gegen angriff überleben würden und da sind zwei von denen also ja wenn das so abläuft wie ich mir denke dann würden wir gar nicht irgendwie eine chance gegen die haben wir können gar nicht angreifen aber müssen wir auch nicht ich würde am liebsten machen wegen erfahrungspunkte und so aber geht wahrscheinlich nicht also meine meine aufgabe wird es sein hier so viele an so viele gegner noch wie möglich mitzunehmen bevor wir pflichten um die maximalen erfahrungspunkte ab zu sagen und ja dann gebe aber währenddessen noch dahin sie habe ich mir auch mal unter lupe genommen sie macht sie macht 42 magischen schaden was viel zu viel ist so viel hält hier niemand aus glaube ich ich glaube nicht irgendjemand überlebt hier das heißt ja spätestens wenn sie sich bewegt und ich nehme an sie bewegt sich irgendwann dann kann man ein problem okay da war es eigentlich ich habe jetzt nicht viel geändert ich hatte glaube ich schon mit fragen ich habe die ich habe genau ich habe die ganzen silber und gold ringe die ich hatte ja auch meine charaktere verteilt die kann ich zum glück nur einsetzen so wir haben noch hier einen fortschritt stark mich an teleport starb ist fünf felder nur das ist nicht viel das ist überhaupt nicht viel also zur not wenn es ganz brenzlig wert kann ich ein teleport starb einsetzen auf mein auf charakter und dann kann ich ein zwei drei vier fünf felder weg bewegen dann müsste man noch schneller hängen kommen aber sehen wir erstmal wird hier abläuft und einheiten kann ich nicht ändern ich bin ein bisschen enttäuscht und jula kann ich dabei habe weil dann hätten wir sie wieder hier irgendwo rein platzieren können werden sie hier rein platzieren können und sie hätte dann alle gegner ja aufgehalten weil ich bin jetzt ziemlich sicher ja noch nicht mal sie könnte sie treffen also wenn ich sie mit ihren messer hier jetzt dabei hätte dann hätte ich hier wortwörtlich sie in den wald schicken können und sie hätte alles sie wäre mit allem ausgewichten aber geht leider nicht schade dann hätte ich bestimmt eine menge erfahrungspunkte bekommen können so genug gerät wir gehen jetzt hier rein kann ich jetzt nicht noch weiter vorbereiten ja dann mal los eine sache wollte ich noch überprüfen wir haben nicht den zeitkristall stimmt weil die gegner hatten auch irgendwie ein zeitkristall irgendwie gestohlen oder so ne sie hat keinen bewegungsradius das heißt sie bewegt sich nicht so ich muss sofort mal prüfen er hat ein deutsch schaden treffer chance von 24 ok ich habe mir den ersten zuglaub schon überlegt und zwar ihn ja können wir eigentlich erledigen er hat roy und dem wollen wir vielleicht auch so schnell wie möglich erledigen weil er ganz schön da ist ich glaube wir ihn können wir uns hier vorklöpfen ohne hat irgendwie angegriffen werden können also guck mal was wer trifft mich da unten aber du kannst dich teleportieren dunkler teleport für einen kraftvoll magische attacke aus oh nein wie stark ist und hat da ist irgendwie ein problem mit denen mit den angriffen ich sehe irgendwie nicht wie stark die sind nehmen wir mal einen 16 aber einen angriff hat er wohl aushalten aber wir machen er ist verdammt wegen dich in dem ich an ich glaube du fangst als erster jahr so das sind 19 schaden du brichst ihn und doppelt perfekt wir haben den obligatorischen traurigen moment in diesem feiern bleiben nämlich an weil wir alle unsere ringe verloren haben ja noch in feiern bleiben gibt es immer dieses eine traurige kapitel wo die musik immer sehr dramatisch ist in vor allem dem awakening weiß als ok als hier einer der wichtigen hauptcharakter gestorben ist und warum hast du das überlebt warum hast du das überlebt da kann ich jemanden daheim bewegen ich möchte dich wahrscheinlich sowieso anlocken bei einem dem awakening weiß dieses kapitel wo einer der hauptcharakter gestorben ist und also sie wird definitiv auch das ding überlebende und chrome hatte dieses ganze online ich bin so schlecht ich kann niemanden beschützen die musik im hintergrund war soweit dramatisch und traurig ja ich will dir die ganze mat in den ort gibt die ganze hat mein tisch war jetzt dunkel und ich sehe nichts so ja ich habe schon irgendwie gedacht hat nicht so einfach wird natürlich einfach wieder reingehen können und uns die ringe zurückholen können aber was soll es ich möchte verdammt ich wollte eigentlich ihnen hier in dem ball platzieren damit er sie hier anlockt sie hatten falsch nicht fach und rapier was effektiv gegen brittner einheiten ist aber er 17 verteidigung das heißt sie wird nicht so unglaublich viel schaden machen damit ich würde sie am liebsten anlocken damit wir die schon mal auf dem weg haben warte mal wie viel geschicklichkeit hast du doppelt so oder so okay gefällt mir nicht die situation und ich habe keine zeitgriffe hat heißt wenn ich einen fehler mache sind meine leute tot aber du sollst dann eigentlich überleben ja ich weil wir nämlich sowieso doppelt dann hat mir eigentlich nichts anderes übrig so hat irgendjemand noch soweit was hat ihn irgendwie verstärkt so wertemäßig hält sie ein ich habe übrigens auch noch ein heiler was auch nicht so so gut ist aber jetzt machen okay wenn diese typen sich schon direkt bewegen dann haben wir ehrlich gesagt ganz schon ein problem ja okay bei einem fehl zwar traurige kapitel als man irgendwie einen seiner familien aussuchen musste wie man sich anschließen konnte man muss mal gegen seinen brüdern schwäther kämpfen warum hast du uns beharten vorhin da kam auch für die traurigen musik im hintergrund ich nehme ein dass wir sind gerade im traurigen kapitel dieses spiels okay und erst tot mein gott trotzdem noch so viel schaden gemacht hat das einfrieren also ja ich muss dieses kapitel neu starten okay was mit ihm passiert hat er jetzt den ring er hat jetzt den ring okay die bescheiden sich nicht zu bewegen das gut ich muss zurück da kann ich auch machen der sämtliche folgen als rückwärts aber ich kann sogar zurück zu dings gehen ich mach mal so von laden geht das schnell so mein gott ich habe echt gedacht ich hätte echt gedacht er würde den angriff überleben sie war ein zug ohne zeit christian ich gehe schon direkt drauf und so würde dieses projekt aussehen wenn ich nicht in zeitkristalletta müsste ich jedes mal als kapitel neu starten weil ich wahrscheinlich rausschneiden würde dann den prozess aber trotzdem ja das mache ich denn dagegen also wenn ich hier nicht die sind alles so weit entfernt man sie können ich dein bewegen eigentlich eine jahre ich glaube sie war viel an ich glaube sie hat er hat viel einfacher überlebt es hat eine verteidigung von sieben ich weiß nicht wieviel der term of das hat diesen stelle sind folgen auf aus oder hast du nicht diese fähigkeit ich glaube nicht mehr hier bei dir wurde die fähigkeit angezeigt und führt eine kraftvolle magische tag aus ok ich weiß nicht warum das anders heißt aber ok ich nehme an wir können sie dann da ein bewegen sie wird das schon überleben berühmt letzten worte ok also mal nochmal wir machen eigentlich genau gleiche an das hat den a knopf damit die animation schneller gehen und jetzt weiß ich dass ich mit meinen hauptcharakter nicht erledigt krieg aber wir müssen uns oder so schnell herunter bewegen ich werde sowieso gebraucht er wird ja sowieso gebrochen also macht er keinen unterschied ich glaube ach deswegen ok so gleiche zack gleiche zu so ja es ist gut und ich würde sie am liebsten anlocken ich könnte sie auch eigentlich ignorieren aber ich möchte sie anlocken weil ich nicht machen würde dann wer weiß wo sie an hin fliegen würde deswegen möchte man so hat am besten immer so schnell wie möglich erledigen aber du warst mich nicht ja wenn ich dich heben bewege dann so war das ganze noch mal eine sitz mit dir aus ich kann mich halt nirgendwo hinbewegen ist blöde die 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 anlocken ich glaube nicht diesmal sollten wir überleben drücken letzten worte die gegner mit diesen fähigkeiten sind aber ganz schön übel ich habe nicht mal ringe irgendwie möchte verteidigen 3 die chance das müssen wir mal sagen ob nämlich doppelt das ist ein stahlschwert gott was ist das was macht einfrieren wenn der mich mit einfrieren trifft dann es hat viel zu übel ja mein gott kann sich meine reichweite an von dem teil kann ich auch beim vorrat zugreifen kann ich sogar okay das heißt ich könnte sogar habe ich überhaupt ich glaube ich habe gar nicht so ein starb irgendwie staatsveränderung heilt so und hier sind all die leute mit den ringen ich bin dagegen machen ich kann nicht erledigen mit jemanden der viel resistenz hat fram kohle die ist außerreichweite ich nehme an er macht keinen schaden mit seinen an das mit elf blut macht oder kill den das tötet leute cool warum kann ich mein charakter nicht wechseln das ist ein bisschen nervig ich würde ich gerne ich kann nicht sogar erreichen mit ihnen aber erstmal möchte ich hier die leute alle erledigen kann frauen ja aber ich glaube damit sie hier getroffen er hat ja sie gehört genau das ist der kann mich der ritter tot und eine krieger lanze wie solchen den überleben was sie eingefroren geschicklichkeit 18 ok aber wenn er zweimal mit seiner krieger land zum weg kommt 19 19 19 12 durch waffen dreieck nehme ich an er hat sie wird vielleicht sterben ich muss dich erlegen eine krieger lanze kann doppelt egal wie viel geschwindigkeit man hat das heißt sie ist wahrscheinlich ein großer gefahr ja mein gott kapitel hat sinnlich so am liebsten würde ich ja hier reingehen um ihn zu erledigen aber da kommen wir nicht hin jetzt kann sich nicht weg bewegen man solcher machen wenn hast du und freundheit herten land zu stahl an sich kann dagegen nichts machen sie wechselt dann zum zur lanze zu einer axt ja 15 krit chance was gab hast du 21 sehe ich wie viel bewegungen der eine typ hat hat er überhaupt diese fähigkeit der wird uns auf jeden fall erreichen wenn ich jemand mit wenig verteidigung gehabt bewegung hat schon jetzt bewegungen neuen oder ist ja schon verbunden ist ja schon verbunden okay er wird nicht überleben er sagt voll kacke wie soll ich noch überleben muss meine charaktere im dings reinpacken in den wäldern und dann hoffen dass die nicht trifft eine verteidigung neuen was wie viel schaden 9 10 ich glück habe geht er auf sie los ich glück habe kann da mein hauptrechter schon wieder voll in gefahr ja zu feiten und hier ist auch noch ein typ überzeugter machen sie kann sich auch nicht bewegen so der kommt ja aber nicht vorbei das heißt wenn ich die erledige okay okay 17 schaden gehen wir nicht an ihn her im platz hier und er macht er doppelt sogar cool so er sollte uns eigentlich nicht erreichen können ich bin so dafür ist gerade okay okay warum kannst du ja reifen so was so die bewegen sich anscheinend nicht ich habe ich ihn am harz musik im hintergrund so dich muss ich aus dem weg weg wenn ich das mache dann wenn ich so blöden wälder haben wir alle im weg ich komme nicht vorbei so kann man ja nur ein heiler hier kann ich nichts machen der muss ich auch zum weg gehen so dann können wir eigentlich nur beten nicht zu feiten schon wieder und eifert sich gerade ist in der reichweite das heißt wenn er mit seinen rittertuch von der ecke kommt noch da wieder dutzenden schaden geht auf sie los okay das ist überlebbar habe ich nicht getroffen wird ist auf ein minus ausweichen fett so ist wieder jemand eingefroren ich glaube diesmal ist jemand eingefroren cool so im faktisch kann ich einfach so angreifen musik es geht schon dramatisch ich hätte irgendwie so eine hektischere musik gerade so haben wir sind vorhin gefahren aber der ringe zu verloren zu verlieren hat mein charakter irgendwie voll mitgenommen nehme ich an so von dir machen wir mal abstand hier eben aber auch abstand meine ich ist hier ein als mal ein oder herz hoch da stehe ich hätte einfrieren habe ich überhaupt ein wenig weiß doch gar nicht so was mal irgendwann werden diese kapitel wahrscheinlich irgendwie standard sein wenn ich mit solchen übelsten gegner kämpfen muss nein ich habe sie vergessen wer trifft mich da du so ich muss einfach weiter ok eine krieger lanze 19 das sind 19 16 6 schaden wir müssen einfach weiter unten ok ich kann auch da reingehen und versuchen gehen zu erledigen aber nee lass mal obwohl hast du wurf bei das war irgendwo in einem wald bitte mal immer weiter ich kann nicht darunter ja ich tue voll haben hier einpacken in der reichweite also ich mache du hast nur lanzen ne ja man überlegt auch so nicht ein nein ok gemeine nähe von frauen da habe ich nicht hier bewegen dann erreicht er mich hier wahrscheinlich ne geht erreicht hier ein zwei drei hat er irgendjemand ein regen das heißt ich kann ich hier bewegen jetzt kommen sie alle auf mich zu schon wieder auf gegen die aber aber jetzt so schön aber der hat sich perfekt bewegt aber purgativ auch noch nicht auf den arm nehmen aber ich hätte lieber das als einfrieren wenn ich ehrlich bin bei kapitel wäre so viel einfacher wenn ich unaket und einfach hier zum ablenken reingeschickt hätte so ich glaube was wir machen ist wir tun die ein bisschen mehr die scheint ja echt nicht zu bewegen naja das ist gut das heißt da können wir uns jetzt um die hier vor uns hier mit denen ja abrackern kann ich mich aus deiner reichweite wie ausgewegen du hast einen wurf weil das ist nicht so ich kann die amant dahin schicken der überlebt hat schon der theater du hast glanz 15 einfrieren glanz wie viel sieben schaden schicklichkeit 16 dass wir können hier reingehen nicht fertig machen wahrscheinlich nicht ich muss mal gucken ob ich noch genug leute habe danach wer bei verteidigung klappen gehört dann rein da kannst du nicht doppel klappen kann ihn doppel auch nicht doch war er macht voll wenig schaden warum damit ihr rechnen ich muss genug charakter haben muss auch ein ritter tot oder aber du hast auch einen gerade ausgerissen kann ich nicht machen auch noch 16 zu 100 prozent das war perfekt das war den jahr sag ein rotariger maf so war auch reuss name damals in smash bros sehr beeindruckende göttliche schnelle sagen wir treffen uns keine werte da sind riesige so ich muss dich kann ich mit einer outreffen problem ist ich finde ich ja voll irgendwie ja in gefahr bringen aber egal ich habe so eine angst hier gerade überall ringe das war kein blitz da kann ich auf dich losgehen kann ich sogar sehe ich gerade mit ganz getroffen da bin ich sie hoch heile dann erreicht sie sie nicht auch wenn du den zweimal trips was du machst effekt dann kann man hier hin dann sehen wir hoch so cool du hast nur eine axt und ein landsmeister cool nicht erreicht nicht gut aber fertig schlitz betroffen 20 prozent dabei habe ich ja schon irgendwie fähigkeiten gegeben hat sie besser ausweichen kann und so ne wenn ich bin die irre sagen wir müssen der mann hier einstecken das einzige der halbwegs vertenken kann warte mal flammen wenn du jetzt blitz hättest man h ich komme nicht daran ja das sind lanzen ja der mann ist gleich tanky wenn ich glück habe halte eine typ den anstatt irgendwie auf mich los zu gehen ja jetzt sehe ich nicht wie viel schaden du machst 24 26 aber lanzenmeister sind schwach gegen äxte ach war dass du ein wurfball ich glaube ich muss das ja machen du bist noch neben nämlich doppelt oder nicht mit einem wurfball sondern da muss ich euch so platzieren damit die nicht an lapis dran kommen was irgendwie trotzdem machen absinken vielleicht plus drei level da habe ich ja ganz vergessen manchmal aber wenn ich dich hier platzieren irgendwie wird dann immer noch angezeigt wenn ich den weg platzieren dann kommt ja auch nicht vorbei an lapis hat die an den bäumen kommt ja auch nicht vorbei h ok so der typ mit siegert ist tot ne ist da oben der bewegt so kann sich auch noch bewegen kannst du irgendjemanden anlocken ich kann mich hier bewegen weil wenn du jetzt blitz hättest ne ok kann ja nur alles schief gehen ja ne mag es nicht wieder näher kommt aber da kommen sie wieder alle ok zum glück ist es der mann der mann hält noch relativ hat aus und einmal habt ihr alles ok wir kommen langsam voran aber wir kommen voran zurück wird diamant eingefroren der kann jetzt nicht mal aushalten weißt du stahlschwert hier reicht mich gar nicht außer du vielleicht ich muss jetzt so viele dinge einmal anschauen 12 ok er wird von ihnen getroffen aber krieger lanze 17 4 schaden cool na was mit dir erwähnt hast du was selika aber nee ja du hast voll wenig angriff gerade sehe ich das heißt wenn ich hier jemanden reinpacke mit vier resistenz dann klappt das schon erst einmal konnte ich glaube diamant wird da nicht überleben von so vielen leuten angegriffen werden kann was mit dir ein stahlschwert muss all christian ich brauche ich den da und da oben soll soll du wirst eine wenige schaden gegen ihn machen aber panzerbrecher 21 ich hasse es ich kann ihn da oben bewegen aber dann ist ja sowas von tot ich meine ich kann sowieso nicht mit der man irgendwas machen gerade allen töten ich mal gibt es jetzt nicht mach das bringt ja noch nicht warum ich will auch da hat ja noch durchhalten okay so schwer da gibt gar nicht mehr ausweichen was ich gesagt habe das staatschwert weil du weißt mir kommen gefechts zurück zu mir so gott der wird von alles hier leicht getroffen ne was ich lenken irgendwie andere leute auf auf jeden ok ich nehme mal nicht ich nehme mal sehr stark an du wirst nicht auf die losgehen wenn ich dich in reichweite packen aber so war mal und ich muss all christen da oben bewegen wenn wir ganz mit pegasus reiter aber man ich muss packen ich traue mich ja gar nicht weiter zu machen ich will erst mal den anschwung von gegner mir a gott a gott warte war war dass du aber experten lanze aber warum kannst du von zwei angriff und jetzt einmal an er ist auf vollbrücken ich auf den auch noch aufpassen okay ich mache nur schaden cool da kann irgendjemand sie treffen irgendwie wird die reichweite von dings nicht angezeigt von teleport ratner da anna wenn ich glück habe gehst du eher auf anna los mit ein stahlschwert wenn ich glück habe geht da eher auf anna los weil er sich denkt er dürfte eigentlich nur diamant erreichen wenn nicht dann aber ein problem da kann der clan auch erreichen musst du mir noch angezeigt 1 2 3 1 2 1 2 3 verdammt ah kam schon er geht auf klamm los 1 2 3 ja aber du machst 0 schaden gegen ich nehme an das ist der schaden in der angst angerichtet wird und du hast die kreer lanze vergiss es so was man tut cool da müssen wir so machen ich glaube wir werden ja ok aber wir sind sowas im tod ja er kommt jetzt war mit der krieger lanze an und wir sind tot waren oder auch nicht weil er nicht seinen dings aktiviert ich verstehe das spiel nicht der hat mich voll einfach jetzt erledigen können und was auch immer magier ja ja werde ich machen dachte trifft mich ja auch noch genau aber überleben hat er sehr gut wenn nämlich nicht okay da wird der prozent ich möchte nur anmerken das kapitel wäre sehr viel einfacher mit junaka im team was machen wir ja du hast sehr wk ich muss ja auf so viele sachen achten was haben wir hier alles ich könnte dich ja weg bewegen du gehst hier hin du musst ihn platt ich hatte warte warte reisen grob als ich muss die auf die gucken er kann sowieso ihn erreichen ich muss einfach nur aufpassen hat er nicht irgendwas tötet oder kann er nicht kann er sich nicht verwandeln oder keine lanzen tragen kann ich könnte noch angreifen ich könnte eigentlich erledigen vorliegen machen ja wir müssen damit ich habe ich das ich glaube ich das schaffe sie kann ihn erledigen du kannst vielleicht ihn erledigen und du du machst eben platt oder sie da müssen wir eigentlich nur noch darauf achten dass das diamant hat hier überlebt was er tut hat er kam doch er wird wir haben alles ganz schön stark so ein hauptcharakter ich habe keine hohen ansprechen so lange ich mich verbessere ich mir das cool so was ist diese riesige reichweite hier die mir noch angezeigt wird okay da haben wir einmal mal wen kann er erreichen anna aus du kannst niemanden erreichen wir sind aus der reichweite er kann ja eigentlich nur noch leute erreichen das heißt wir müssen nur ihn außerhalb fahren alle näher hinpacken wirst du erledigt ich könnte eigentlich ja ich könnte eigentlich sie hier reinpacken sie können eigentlich alle hier abschirm ist ja voller p ritter tot ok du musst weg ok ich nehme an dass ich dich irgendwo hinpacken kann so überlebt fram da ist so gruselig hier ein fehler als weg ja dann sind sie kriegen das ist der einzige von was ich schiss habe hier dann sind 17 schaden das heißt du nimmst ach du nimmst 16 schaden überlebt ich muss sich auf jeden fall wegpacken dann auch noch mal sicher zu gehen mal 17 schaden sehen ja dann pack ich dich hin was anna hoch ok 19 8 kommt es hier hin 17 schaden ich glaube wir sind in ordnung jetzt kommen die alle ich fange langsam an zu glauben er kann sich nicht verwandeln ich glaube langsam er kann sich nicht verwandeln in diesen plus 53 bonus aktivieren so auch ich merke gerade wart ihr voll nervig ist ne alle gegner tun ihr immer ihre die ringe hin und her wechseln das heißt ich muss die ganze zeit hier drauf achten so kann ich euch erledigen heute noch das wird es sehr viel einfacher machen hier für mich wir haben alle ringe gibt es nicht kann ich einfach da ist er der typ hat hat gehalt alles weit entfernt man ok du hast magie du machst was ich könnte dich hier reinpacken wer trifft mich hier aus der lk mit ihrem blöden ha ich möchte einfach ich möchte ich kann mich jetzt warum die leute hier glaube ich so wenn wir hier in der lanzen meister kohl ich bin immer außer reichweite mit allem ich glaube jetzt hier runter zu gehen ist erst mal sicherer du bist ein ach mein gott ich bin immerhin reichweite irgendwie ok warum machst du mir so viel schaden ab sehr viel okay er macht mir ja nichts an schaden ok bitte was macht ja gar nichts an schaden oh mein gott ich sehe nicht wie viel schaden du machst es ist so frustrierend hier alle 28 schaden sie ist mit 28 21 schaden richtig erledigt krieg ein einzug er überlebt mit einer p müsste er eigentlich die 19 schaden aber ich muss auch überleben richtig hier im packen hat du von ihnen da hinten angetroffen wird ja ne ja noch mal den ja kürz hat aber wenn ich schlecht gewesen aber was soll man machen mal folgendes mal folgendes was 28 schaden was 21 schaden gegen ihn er überlebt hat gerade so hoch was 21 schaden waffen vorteil gibt er ja wohl nicht ich erwarte mal greifst du mich eher an unser teleport resonanz nein damit wollte ich hier rum teleportiert nein danke er müsste dabei überleben bis hier rein ich weiß immer noch nicht ob der sich bewegen kann oder nicht aber wir sind okay wir sind okay alles ist gut ich habe dich hier hin damit du mehr verteidigung hast anna und ich habe ich verkommen vergessen war dass du was ein ganzes meistern anna aber ja ein ok weiter geht's nächste runde nächster herz am fakt so der erreicht mich nicht jetzt kannst du dich weiter bewegen oder was sehr gut weil sie gott ist der einzige der mich auf den nerven gehen wäre der einzige den ich auf dem weg haben will der mir alles schwieriger macht doch und micaiah an zu zweimal angreifen sehe ich ja jetzt erst ich hatte sich gar nicht bewegt wie hast du selika oh mein gott nicht schon wieder ich habe die schnauze voll von verdammt nochmals selika wegen die typen sich nein perfekt so den ihr wir machen euch erst mal ja platt ok 13 plus zwei koop schlag perfekt sie grodo sagt gute nacht das habe ich verstanden das sollte helfen so wie viel einfrieren hast du eigentlich noch zwei mein gott jetzt würde ich mal geben jetzt hier ein das war wenn du ein kritischen treffer machst war man man gehen wir zu viel verlangt ich verstehe so ich würde dich am liebsten erledigen können da wird aber nichts du machst zehn schaden aber das wird überlebbar sein wer macht dich blatt aller kurz vor dem level ab du kannst mich kontakt du kannst mich kontakt ich sage wie wir zu den gegner hin trippelt stark verteidigung sondern da sind ja gar nicht mehr so viele gegner übrig ihr wart machen können so er kann sich irgendwo hin teleportieren also so lange wir noch alle voller ap sind müssen wir also eigentlich überleben alle ich mache ich auch mal platt kampf mich mit durch fünf level durch roi natürlich überlebt so geht du war ich sehen aber du hast dich zu beschaden und ich halte ich gleich mit links direkt hoch mit fram so das klo hier noch level 11 ich könnte ich benutze die ganze zeit verdammt nochmal hier nach seinem blöden ja ich überlebe alles über 20 prozent fähigkeit dagegen gibt ja nicht mal schaden im elfen licht jetzt bei zwei angriffen zumal zur feuer natürlich runter geschraubt wie es sah du mit einem blöden teleport dingen wissen wohl niemand mehr töten was zehn schaden so wie ich das gesehen habe wir sind noch auf voller ap mehr oder weniger wir sind die im leben mehr als 20 schaden machen da kommt da da sagt weil ich um beeindruckt du bist ja auch noch abnehmen aber jetzt hat einer von denen bekommen okay am besten ja irgendwie vom weiten angreifen genau so genau so wie du auch jetzt wenn du ihn mal kalt machst und wie kriegst du ja die level link irgendwie nicht gebacken und du kalt sie natürlich wenn du auch irgendjemand der den typen nicht kalt und es geht ja endlich meine ruhe vor dem blöden einfrieren ich habe mir vorstellen schwer wird sehr viel schwieriger irgendwann wenn irgendwie mehr verstärkungs truppen und zu kommen wenn ich mir vorstellen okay du überlebst das nicht warum nicht ich meine du lebst das warum okay ich weiß gar nicht mehr von den beiden jahren gekillt hätte man beide auf level 11 so damit haben wir alle gegner hier erledigt die auf uns zu kommen das war nur noch von den pflichten nehme ich an der tomahawk da hätte ich noch gerne noch die beiden hier übrig die beiden und links achten sie gott ist ein bisschen verschwenderisch weil er sich nicht bewegen kann die beiden würde ich auch mal gerne erledigen aber überlebt niemand den angriff hier so jetzt gehen wir runter irgendwas muss ich noch um ihn ja kann man mit dem tomahawk sind 28 angriffskraft irgendjemanden hier einpacken wenn es geht 28 gute frage wem pack ich da rein ich meine alle hat relativ viel geschicklichkeit 10 also er wird ja auch geschicklichkeit 3 sie wird dann sogar doppeln da kommt klar und macht ihn einfach fällig okay ziemlich schuldig gerade ich halte ich noch mal hoch nur zur absoluten sicherheit ich weiß du überlebst hat aber mir doch klappen kann bitte auf mich los irgendwie ist da vorhin nicht auf mich losgegangen aber nicht dann komme ich halt auf dich los mit meinen mein donner das wird aber machen so sagt jetzt kann ich nicht noch mal tauschen drinnen donner so auch du jetzt auf mich zukommt sondern ich werde dich im nächsten zug erledigen so jetzt bin ich aber ich hätte ja ich würde mich nicht doch noch erledigen okay du kommst nicht auf mich los na gut da mache ich dich eben fertig hier verdammt entschuldige was du bist gar keine richtung ich denke die ganze du bist ein mal hier 16 chance habe ich immer noch treffen macht aber nicht das ist ja natürlich wie bienen im hintergrund das ist ja auch die platte okay wir haben was eigentlich schnell so tomahawk eingesackt jetzt haben noch lustiger wenn jetzt wenn ich nicht zugreifen mein vorrat hätte also meine anderen charakter auf die kann ich nicht zugreifen aber mein vorrat auf den kann ich zu das machen auch keinen sinn die kamen kriegen wir sie noch 15 ich bin nicht schon mal herunter von tisch und dann war eigentlich der kapitel leichter ledig also kommt noch irgendeine böse überraschung auch ich musste ja mal im mund aufmachen aber ja 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 Das war's für heute.